Musik Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Gut gelebt Rheinland-Pfalz heute am Donnerstag, den 3. November. Heimat, was ist Heimat? Über diese Frage haben sich schon viele kluge Menschen den Kopf zerbrochen. Wir nähern uns dem Thema von einer ganz anderen Seite, genauer gesagt von ganz anderen Seiten. Denn das Heimatjahrbuch des Landkreises Mainz-Bingen ist erschienen. Landrat Klauschick stellt es uns vor, gleich in dieser Sendung. Und außerdem sind das unsere Themen. 50 Jahre Kabarettarchiv, seit einem halben Jahrhundert wird in Mainz der Humor archiviert. Von Hans-Dieter Hüsch bis L'Oreal, ein Blick ins Depot. 42 Stunden Sport und das ohne Pause. Eine extreme Belastung für den Körper, der sich jetzt ein Mann aus Wörstatt gestellt hat. Wir stellen ihn vor. Das Heimatjahrbuch des Landkreises Mainz-Bingen gibt es seit 56 Jahren. Jedes Jahr mit einem neuen Schwerpunkt. Tradition mit vielen spannenden Geschichten. Bei mir zu Gast ist jetzt Landrat Klauschick. Herzlich willkommen. Hallo. Welchen Schwerpunkt haben Sie denn in diesem Jahr, in dieser Ausgabe gelegt? Also in diesem Jahr haben wir den Schwerpunkt auf Türme und Aussichtspunkte gelegt. Wir haben ja unglaublich viele Türme im Landkreis Mainz-Bingen. Wusste ich auch nicht, dass wir in dieser Vielzahl Türme haben, wenn man mal drin blättert, dann merkt man, hoppla, da warst du schon mal und dort warst du schon mal. Also es ist ein sehr interessanter Artikel, der dabei ist und zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Heimat interessieren, was alles geboten wird an Türmen und Aussichtspunkten bei uns im Landkreis Mainz-Bingen. Das ist in diesem Jahr Schwerpunkt im Heimatjahrbuch. Im Übrigen ist das Heimatjahrbuch das erste Mal im Jahr 1956 erschienen, damals noch im damaligen Kreis Bingen. 1969 wurden ja die beiden Kreise Mainz und Bingen zusammengelegt. Und das Heimatjahrbuch ist übernommen worden vom Landkreis Bingen in den Landkreis Mainz-Bingen. Neben den Türmen, neben diesem Schwerpunkt, was dürfen denn die Leserinnen und Leser noch erwarten? Also es ist eine Vielzahl von interessanten Artikeln über Land und Leute, über Persönlichkeiten, über besondere Vorkommnisse in bestimmten Gemeinden, über Besuche, besondere Besuche. Wenn mal ein Fürst wieder hier im Land war und eine Gemeinde besucht hat, sind Artikel darüber geschrieben worden. Es sind Artikel, die am Ende die geschichtliche Dimension unserer Region beschreiben. Und das ist ein entscheidender Punkt, den dieses Heimatjahrbuch überhaupt, die Heimatjahrbücher ausmacht. Wir haben ein Fundament in der Geschichte unserer Region. Und die Heimatfronde am Mittelrhein, die eigentlich diejenigen waren, die das Heimatjahrbuch transportiert haben, tragen nach wie vor entscheidend dazu bei, dass dieses Heimatjahrbuch so, wie es ist, erscheint. Das Jahrbuch hat über 300 Seiten, habe ich gerade gesehen. Das hat über 360 Seiten, ja. Wie viele Redakteure und Autoren sind denn an dieser Entstehung des Buches beteiligt? Das sind ja alles ehrenamtliche Leute, die sich hier engagieren, die ein Gespür haben für bestimmte Themen, die sich für die Heimat interessieren, für geschichtliche Zusammenhänge interessieren. Es sind insgesamt 80 Ehrenamtler, die hier schreiben und Beiträge leisten. Es sind insgesamt 85 Beiträge von 80 Redakteuren, die hier einen Beitrag geleistet haben. Irgendeiner muss aber den Hut aufhaben, also irgendeiner muss entscheiden, was kommt ins Buch rein und was nicht. Wie ist das organisiert? Wir haben einen Redaktionsausschuss und der Vorsitzende ist der Herr Hattemer. Bei dem laufen die Dinge zusammen und der Redaktionsausschuss legt auch fest, in welchem Jahr welches Thema als Schwerpunktthema genommen wird. Und auf der Basis dieses Schwerpunktthemas wird dann versucht, diese vielen Redakteure, die wir haben, eben diese ehrenamtlichen Redakteure dazu zu gewinnen, eben hier einen Beitrag zu leisten. Sie sagten eben, dass die Redakteure und Autoren ehrenamtlich arbeiten, aber trotzdem entstehen ja Kosten bei der Erstellung des Buches. Wie finanziert sich das Buch? Das Buch finanziert sich im Wesentlichen über Werbeeinnahmen und über den Verkauf. Es wird ja auch verkauft. Es kostet 7,90 Euro im Verkauf. Man kann es kaufen in der Kreisverwaltung beispielsweise, man kann es kaufen in Buchhandlungen, man kann es kaufen auch in Verbandsgemeinden. Wir geben das auch an die Verbandsgemeinden weiter. Das sind im Wesentlichen die Anlaufmöglichkeiten, die man hat, wenn man ein solches Buch kaufen will. Wie lange brauchen Sie, um so ein Buch zu erstellen? Ein ganzes Jahr? Also das dauert fast ein ganzes Jahr, denn wir haben jetzt ja dieses Buch der Öffentlichkeit vorgestellt und es läuft noch in diesem Monat die erste Zusammenkunft des Redaktionsausschusses, wo eben das Thema für das kommende Jahr festgelegt wird und wo dann angefangen wird. Das dauert also fast ein ganzes Jahr, also mindestens zehn Monate. Wer überprüft denn diese ganzen Geschichten, die Redakteure und Autoren schreiben? Es sind 80 verschiedene Menschen, die ihre Geschichten dazu beitragen, zu diesem Buch. Aber irgendwie müssen diese Geschichten ja auch redaktionell gecheckt werden, ob das alles der Wahrheit entspricht, ob alles die Daten stimmen. Wer macht denn sowas? Das macht der Redaktionsbeirat. Da spielt er eine ganz entscheidende Rolle. Da ist so, wenn man so will, so eine Filterstation, wo das alles nochmal gecheckt und geprüft wird. Ja. Wie viele Menschen sind in dem Beirat? In dem Redaktionsbeirat? Um die zehn. Um die zehn. Ja. Wie sind denn die Reaktionen auf das Heimatjahrbuch in der Bevölkerung? Also sie sind überaus positiv. Wir machen das ja so, dass wir das Heimatjahrbuch offiziell vorstellen. Wenn es fertig ist, laden dazu in die Kreisverwaltung ein, in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung. Und da können Sie von ausgehen, da ist immer ein sehr, sehr reger Andrang, weil es auch immer ein bisschen verbunden ist mit Unterhaltung, mit ein bisschen Musik. Und dann wird von dem Redakteur, von dem Herrn Hattemer eben dargestellt, wie es entstanden ist und was für Inhalte drin sind und welche Besonderheit da in diesem Buch in diesem Jahr zu erkennen ist. Also mit anderen Worten, das Buch wird so vermarktet, zunächst mal dargestellt, dass sofort starkes Interesse entsteht an diesem Buch. Und man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die an diesem Abend kommen, auch alle schon eins mitnehmen. Das ist ja so, das ist ja auch, wenn man so will, die Redakteure, die dabei sind, da bringen ja Familienangehörige mit und so weiter. Das ist so eine Gemeinschaft, die letztlich an dem Buch zusammenarbeitet und die dann wie so ein Multiplikator wirkt in die Bevölkerung hinein. Es wird sehr stark nachgefragt, bei uns rufen dann die Leute an, wo kann man es holen, ab wann ist es zu haben. Und also mit anderen Worten, das Buch hat einen festen Kundenkreis und die Auflage von knapp über 4000 wird auch immer sehr schnell abgesetzt. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass sich Interessierte an die Organisatoren des Heimatbuches wenden können, um, weil sie selber Geschichten haben, die sie ganz gerne auch präsentieren möchten? Darum, dafür werbe ich natürlich und diese Sendung hier ist eine Chance, dafür nochmal zu werben. Natürlich ist jeder herzlich willkommen, der einen Beitrag leisten kann und gerne liefern möchte. Er ist dazu aufgerufen, mit dem Herrn Hatemann sich in Verbindung zu setzen und zu sagen, ich würde gern darüber was schreiben, besteht die Möglichkeit, dass ihr mich da unterbringt im Heimatjahrbuch, soll ich das machen? Und da kann ich nur dazu ermuntern, dass das so ist. Wir haben ja ein Interesse daran, dass immer wieder zusätzliche neue Redakteure dabei sind, die mithelfen, das Buch zu erstellen. Wissen Sie schon, womit sich das Jahrbuch im nächsten Jahr beschäftigen wird? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das legt am Ende der Redaktionsausschuss fest und das wird vermutlich noch in diesem Jahr sein. Muss ja auch. Klaus Schick, Landrat des Landkreises Mainz-Bing, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Liebe Zuschauer, willkommen zu einem ganz anderen Thema. Vor wenigen Tagen hat das Kabarettarchiv in Mainz 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Mein Kollege Laurens Form zeigt Ihnen, was archiviert wird. Einen roten Teppich hätte jeder verdient, der einen dieser Sterne ziert. Diese Sterne finden sich in Mainz. Angelehnt an den Walk of Fame in Hollywood ist man in der humoristischen Hochburg stolz auf die Protagonisten, die hier verewigt wurden. Auch der größte von allen ist dabei. Das Deutsche Kabarettarchiv in Mainz feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Seit 2004 ist das Archiv der guten Laune im Proviant-Magazin beherbergt. Im Bestand finden sich mehr als 80 Nachlässe zu mehr als 80.000 Personen, denen der feine Humor alles bedeutete. Allein sage und schreibe 18.000 Plakate sind ausgewiesen, dazu etwa 30.000 Bände Literatur. All das verteilt auf üppige 870 Quadratmeter Ausstellungsfläche. 50 Jahre deutsches Kabarettarchiv. Mainz sollte dieses herausragende Kulturgut weiter fördern. In diesem Sinne, heiter weiter. Bei mir zu Gast ist jetzt der Leiter des Deutschen Kabarettarchivs, Jürgen Kessler. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. 50 Jahre Archiv in Mainz. Was wird gesammelt? Alles, was Kabarett, was Satire in allen möglichen Spielformen so produziert, mit Randerscheinungen. Kann ich eine Geschichte erzählen? Klaus-Peter Schreiner, der große Autor der Lach- und Schießgesellschaft. Der steckte mal in einer Schreibkrise. Und da hat ihm jemand empfohlen, bau doch mal ein Puppenhaus. Und da hat er ein Puppenhaus zwei Jahre lang gebaut. So ein Riesen-Oschi, den haben wir auch bei uns stehen. Und der erfreut nun ganz viele Gäste. Das Kabarett hatte 1901 sein erstes Theater in Berlin. Das waren die Anfänge. Sie haben uns ein Buch mitgebracht, wo Anfänge in Berlin zu sehen sind. Ich lege das mal zur Seite. Und zwar, das ist dann schon die zweite Seite, das Brandenburger Tor. Und dann geht es direkt hiermit weiter. Ja, das war 1954. Die Gründung erfolgte 1949, aber das sind Programme 54 folgende. Wahrscheinlich schon das zweite Gästebuch der Berliner Stachelschweine. Aber eben noch das Ur-Ensemble. Woher haben Sie diese einzelnen Bilder und Zeitungsausschnitte bekommen? Na ja, ein Gästebuch von den Stachelschweinen. Die sind selber eben 2069 geworden und haben uns zu unserem Jubiläum jetzt das geschenkt. Weil ich durfte dann einen Beitrag liefern 2009 für das Programmheft der Stachelschweine. Und na ja, so hilft man sich gegenseitig. Es gibt, kommen wir zurück zum Archiv, es gibt zwei Standorte. Ein Standort ist in Sachsen-Anhalt und ein Standort ist hier in Rheinland-Pfalz, in Mainz. Wieso hat man zwei Standorte? Ja, um es ganz schnell zu machen, Reinhard Hitten, der Gründer, kam 1961 nach Mainz und 1989 ging es über in Eigentum der Stadt Mainz und wurde dann allmählich eine von mehreren Körperschaften getragene Einrichtung. Und 2002 kam die Stadt Bernburg hinzu. Die war im Besitz von Sammlungsgut des ehemaligen DDR-Amateur-Kabaretts, das sich neu organisiert hatte. Und Mitarbeiter von dort arbeiten bei uns mit. Und das Archiv ging über die Stadt, die als Körperschaft eben vertreten sein musste, satzungsgemäß bei uns, dann in das Archiv ein. Wir haben einen superschönen Standort im Bernburger Schloss oberhalb der Saale und ich freue mich auch, dass ganz viele Besucher dorthin kommen. Auch Prominente, Emil war zum Beispiel auch da und viele andere. Ja, zwei Standorte, das ist immer ein Spagat, 500 Kilometer. Das ist ja meine nächste Frage. Wie sind die beiden denn verbunden? Wie findet denn die Zusammenarbeit statt? Also, dort geht es um das Thema Geschichte des Kabaretts der DDR und Satire in der Diktatur im Allgemeinen. Und wir haben mit Dr. Klammer einen eigenen Projektbeauftragten, der das Thema betreut. Und das funktioniert relativ eigenständig. Was von mir und von hier, von meins aus organisiert wird, sind vor allem die Veranstaltungen, die Ausstellungen und die verwaltungstechnischen Dinge. Wie präsentieren sich die beiden zusammen in der Öffentlichkeit? Erstmal über das Internet. Wir haben eine ziemlich umfängliche Seite. www.kabarett.de. Und das ist das eine. Das zweite ist eben, ich sitze hier und so präsentiert sich das Archiv natürlich dann auch. Es gibt in Mainz und in Bernburg Sternstunden, einen Walk of Fame. Das haben wir gerade in dem Beitrag gesehen. Okay. Wer ist denn dort verewigt? Und ist es so, wie man sich das in Hollywood vorstellt, mit Handabdrücken etc.? Oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, nicht ganz. Natürlich eine Anlehnung. Wenn man was zum zweiten Mal macht, dann ist es immer eine Anlehnung. Bei uns sind es keine Handabdrücke, sondern die Signaturen. Das soll sagen, diese Menschen haben in besonderer Weise an der Geschichte des Kabaretts oder der Erscheinungsform der Satire mitgeschrieben. Sie haben in besonderer Weise eben das Genre geprägt über das 20. Jahrhundert. Es geht in unserem Projekt um die Besonderen unter den Ausgezeichneten. Wir haben über 80.000 Namen, aber wir haben in Mainz vorgesehene Platzhalter für Sterne. 80 Stück, 73 sind schon drin. Einer der bekanntesten war der Humorist Viktor von Bülow, besser bekannt als Loriot. Vor kurzem leider verstorben. Er hat auch einen Stern, aber er konnte nicht vor Ort sein. Sie haben uns ein Foto mitgebracht. Wo ist das Foto entstanden? Das ist nicht in Mainz entstanden. Nein, das war auf dem Grundstück von Herrn von Bülow im Juli 2009. Seine körperliche Gebrechlichkeit, muss man schon sagen, damals ließ es einfach nicht zu, dass er nach Mainz kam. So durften wir dorthin reisen. Ich dachte, wir stehen vor der Tür, überreichen den Stern und sind dann rasch wieder weg. Es waren vier Stunden und er ließ uns kaum noch weg. Wir mussten am Schluss noch im Wohnzimmer einen Film mit anschauen und so weiter. Wir hatten gemeinsame Bekannte, ich habe ja auch eine Strecke von 40 Jahren jetzt auf dem Buckel, was das Thema angeht, und konnten uns wunderbar unterhalten. Und das war ein traumhafter Nachmittag. Wie wichtig war er für den deutschen Humor? Ja, Loriot ist für mich ein Vertreter des alten Europa. Er hat so einen Schuss englischer Nonchalance und französischer Eleganz und diese deutsche Gründlichkeit, auch den Biedersinn, auch das Konventionelle, das er in sich trägt, das dann sehr schnell ins Komische kippt, und verkörperte praktisch das, was schiefgehen kann in der bürgerlichen Welt. Also zum Beispiel dieser Sketch von ihm, das Bild hängt schief, kennt jedes Kind, ist ein wunderbares Sinnbild auch für die Bundesrepublik. Ganz viel ist passiert, ganz viel ist gut gemeint und dann geht es doch irgendwie schief. Von Hartz IV bis jetzt Griechenland, was auch immer man anfasst, man hat das Gefühl, viel ist gut gemeint und ständig geht alles schief. Und das hat Loriot in seinen Sketchen genial abgebildet. Haben Sie in Ihrem Archiv auch Material von Loriot? Ja, das haben wir. Wir haben auch persönliche Widmungen von ihm. Und ich bin bemüht, aber ich wollte mal ein bisschen Zeit vergehen lassen und wollte mit Romy von Bülow in Kontakt reden, ob vielleicht das eine oder andere dann noch möglich ist, zu bekommen. Wo Sie das gerade sagen, welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft? Wo möchten Sie ganz gern Ihr Archiv sehen? Was hätten Sie noch gerne? Am wichtigsten ist, glaube ich, dass wir immer auf Menschen in der Politik stoßen, die ja in den Gremien sitzen, die dieses Archiv tragen. Es ist ja eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung auf Ebene Bund, Hauptzuwendungsgeber, zwei Länder, zwei Kommunen, wo die Standorte sind. Und dass wir dort immer auch verständige Menschen treffen, die den Sinn sich bewahren dafür und die Wertschätzung. Und wenn das so sich weiterentwickeln lässt, wie es in den letzten 22 Jahren, wo ich das Archiv führen durfte, möglich ist, dann wäre ich schon sehr glücklich. Jürgen Kessler, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und viel Erfolg für die Zukunft. Liebe Zuschauer, das Archiv in Mainz ist natürlich immer ein Besuch wert. Meine Kollegin Sarah Sauter hat aber noch weitere Veranstaltungstipps für Sie zusammengefasst. Achtermann und Siebenschön beraten bei Katzenjammer, erstellen Horoskope und singen Lieder gegen Liebeskummer. Doch während Sie am Telefonfremden gegenüber immer die richtigen Worte finden, verheddern Sie sich bei Ihren eigenen Problemen. Zum Glück gibt es Putzfrau Ekaterina, die nicht nur die Kabel der kaputten Telefone repariert und Hausmeister Schubert, der auch in verzwickten Lebenslagen Rat weiß. Wähle 333, eine turbulente Komödie, in der die Schauspieler in Windeseile in sieben verschiedene Charaktere schlüpfen. Das Chavarouche-Theater präsentiert Wähle 333 am 4. und 5. November jeweils um 20 Uhr und am 6. November um 19 Uhr. Karten kosten 14 Euro. Mehr Infos auf chavarouche.de Die Galerie Katrin Hiestand zeigt unter dem Titel Traum und Flügelschlag eine umfassende Einzelausstellung mit Arbeiten von Nikola Jentsch. Ihre Zeichnungen sind Ausgangspunkt eines neuen Bildstücks. Durch Hinzufügen von Fundstücken in Form von alten Briefen, Tapetenresten, vergilbten Postkarten und Schnittmustern entstehen ähnlich wie bei einem Kaleidoskop surreale Bildwelten. So laden die Werke ein in eine Welt der Fantasie und öffnen Türen für unsere Träume. Traum und Flügelschlag noch bis zum 28. November in der Galerie Hiestand in Landau. Mehr Infos auf galerie-hiestand.de Donnerstagabend. Vier Frauen, mehrere Cocktails und ein Thema. Männer. Übermütig und ein bisschen angeheitert schließen die vier Frauen eine Wette in puncto Männer ab. Sie wird das Schicksal jeder Einzelnen gehörig auf den Kopf stellen. Sebastian Wagners Musical Lustspiele ist eine deutsche Uraufführung mit einem ganz besonderen Highlight zum Schluss. Die Zuschauer bestimmen selbst das Ende der Geschichte. Lustspiele, das Musical. Am 4. und 5. November um 20 Uhr auf der Showbühne Mainz. Karten kosten zwischen 14 und 18 Euro. Weitere Informationen auf showbühne-mainz.de Liebe Zuschauer, 11,4 Kilometer schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und 126,6 Kilometer laufen. Das ist die dreifache Distanz des Ironman auf Hawaii. Bei mir zu Gast ist jetzt Tristan Vincent, Ultratriathlet. Herzlich Willkommen. Hallo. Herr Vincent, warum macht man sowas? Das ist eine gute Frage. Das konnte ich mir bis vor drei Jahren auch noch nicht vorstellen. Damals habe ich mit dem Gedanken gespielt, überhaupt mal einen doppelten Ironman zu probieren. Und das habe ich dann im letzten Jahr verwirklicht. Und ich habe gesehen, dass es funktioniert, funktionieren kann. Hinzu kam, dass ich diesen gewonnen habe. Und da ist man natürlich noch mehr motiviert. Und an gleicher Stelle findet ja bekanntlich auch dieser Triple Ironman statt. Und ich habe gesehen... Das ist in Virginia, USA. Virginia, USA. Und ich habe gesehen, wer da so startet. Und da denke ich mir, ja, das kriegst du vielleicht auch hin. So habe ich dann letztes Jahr entschlossen, mich entschlossen dazu, das mal anzugehen und zu probieren. Wobei ich also noch weiter zurückgegriffen habe, so wie ich anfing in den früheren Jahren. Vor elf Jahren habe ich angefangen mit dem Triathlon. Ich eigentlich nur mal diese Sportart kennenlernen wollte. Und mit Sicherheit kein Gedanke daran verschwendet hätte, mal sowas zu machen. Also Sie haben erst angefangen mit einem normalen Triathlon? Normalen Triathlon. Erste Distanz war 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Das war damals eine... Oder ist die Volksdistanz, sagt man. Nachdem ich den gemacht hatte, war für mich klar, es muss eine längere Distanz geben, weil das war mir einfach zu kurz. Und so kam ich nach und nach, nach zwei Jahren schon zur Ironman-Distanz. Das war 2001 in Frankfurt. Ich habe den ersten Ironman gemacht und habe im Laufe der Zeit dann 13 gefinisht. Und dieser Triple Triathlon, der war in Virginia. Und Sie haben uns Fotos mitgebracht. Die schauen wir uns jetzt mal an. Wie war das für Sie überhaupt, diesen Wettkampf zu durchleben? Ja, wie gesagt, ich kannte es ja schon ein bisschen von letztem Jahr. Am Anfang steht natürlich das Schwimmen erst mal auf dem Programm. Vorher stand noch was anderes auf dem Programm. Wir sehen gerade hier die Trompete. Sie sind ja auch vom Beruf Musiklehrer. Und Sie haben Trompete gespielt? Nicht währenddessen? Vorher, nachher? Es war so, dass ich vom Veranstalter gebetet wurde, dass ich nochmal mit der Trompete die US-Hymne spiele. Und das habe ich wie letztes Jahr auch wieder gemacht. Haben Sie das vorher oder nachher gemacht? Nein, das war vor dem Schwimmen. Also das Bild ist kurz vor dem Schwimmstart, fünf Minuten vorher. Und für alle habe ich dann die Hymne gespielt. Aber ein Sportler bereitet sich ja auch vor. Hat man da noch die Nerven, vorher Trompete zu spielen? Ich muss sagen, mit den Jahren wird man immer ruhiger in dieser Sportart. Und man ist also auch nicht mehr aufgeregt, wie das früher so der Fall war. Im Gegenteil, ich habe gerade die Nacht davor früher ganz schlecht geschlafen. Aber hier, selbst in den USA, war das überhaupt kein Problem. Man ist ruhig und man schwimmt ganz entspannt eigentlich. Versucht seinen Rhythmus zu finden, weil es ist ja eine lange Distanz, 11,4 Kilometer. Also es kommt eigentlich gar keine Hektik auf, so wie das beim einfachen Iron Man ist, wo alle ins Wasser stürzen und sich die Köpfe einschlagen. Und das hat für mich mittlerweile, muss ich sagen, viel mehr Qualität. Sie haben uns noch weitere Fotos mitgebracht. Ich habe mir die Fotos vorher mal angeschaut. Auf allen Bildern sehen Sie sehr relativ entspannt aus. Da kann man es jetzt vielleicht nicht so erkennen. Aber wie lange haben Sie gebraucht, um diese Distanz zu bewältigen? Ich habe exakt 48 Stunden, 48 Minuten und 55 Sekunden gebraucht. Das heißt also, durch Tag und Nacht gefahren. Das nächste Bild ist, glaube ich, eine Nachtaufnahme vom Fahrradfahren. Wie schafft man das, 48 Stunden am Stück wach zu bleiben und Sport zu machen? Ja, ich habe es nicht ganz geschafft. Es war das Ziel eigentlich, dass ich das ohne Schlaf schaffe. Aber ich muss sagen, in der zweiten Nacht war es grenzwertig. Und es ging halt so weit, dass ich beim Laufen eingeschlafen bin, zwei, dreimal. Und kurz vorm Stolpern hinfallen war. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal ein bisschen schlafen. Und habe meinem Betreuer gesagt, eine Stunde weg erstellen. Und dann stehe ich wieder auf und dann habe ich noch 25 Kilometer zu laufen. Und so habe ich das danach problemlos geschafft. Also es war für mich selbst erstaunlich. Nur eine Stunde geschlafen. Und ich habe gedacht, du kommst da nie wieder hoch. Wahrscheinlich, wenn du mal liegst. Aber ich kam wunderbar wieder hoch und hat funktioniert. Wir haben noch ein Foto vom Zieleinlauf. Beziehungsweise nachdem Sie durchs Ziel gelaufen sind und wahrscheinlich ein bisschen verschnaufen konnten. Das ist das. Den wifften Platz haben Sie belegt. Ich wurde insgesamt Siebter von 18 Startern. Da war eine Frau dabei, die wiederum ist umgestiegen auf den Doppelten während des Wettkampfs. Das kann man machen? Das geht. Wer nicht mehr kann, der macht das halt so. Und es sind aber zwei von den 17 Männern, die gestartet sind, sind ausgeschieden. Und die anderen kamen ins Ziel. Also das Ganze ist nicht so eine Massenveranstaltung wie, soll ich mal ein normaler Triathlon oder normaler Marathon. Man ist da schon in einer kleineren Runde. In einer kleineren Runde und alles sehr entspannt. Und es ist erstaunlich, wie alle das eigentlich sehen. Also sie sind alle sehr locker drauf, selbst wenn sie Schmerzen haben. Also es gab einige, die haben sich Blasen gelaufen. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Oder die Zehennägel konnte man abziehen. Es war grenzwertig bei einigen, aber die nehmen das alle ganz humorvoll, die Amerikaner sowieso. Und bei der Siegerehrung gingen manche so nach vorne, konnten sich kaum mehr bewegen. Aber sie haben es durchgezogen. Das heißt doch eigentlich, jeder weiß, dass er hinterher völlig fertig ist, eventuell Schmerzen hat etc. Da frage ich mich wieder, warum tut man sich das an? Ja, also ich muss sagen, mir ging es gut. Bis auf das, dass ich einfach müde war irgendwann. Aber mir ging es körperlich sehr gut. Ich hatte keine muskulären Probleme gehabt. Ich habe nicht mal einen Krampf gehabt. Und das war so auch meine Bedenken im Vorfeld, habe ich gedacht. Also danach kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr so richtig bewegen. Aber wie gesagt, ich konnte mich ganz normal fortbewegen. Wie lange muss man sich vorbereiten auf so einen Wettkampf? Ja, das beginnt schon im Winter, sage ich mal. Also wann der Wettkampf war? In Virginia? Im Oktober, ja. Also richtig eingestiegen bin ich mit dem Training letzten Dezember. Im Dezember fing das an. Also im Winter schwimmt man, fährt Rad. So meistens auf der Rolle. Wenn es draußen erlaubt, bin ich auch draußen gefahren. Aber so richtig raus ging es erst so im Februar aufs Rad. Und dann beginnt es in den Osterferien ein Trainingslager an der Adria. Mit einer Radmannschaft aus Oppenheim mache ich das jedes Jahr. Danach bin ich mit meinem Betreuer, der diesmal mit war, der selbst Radtrainer ist, sind wir zusammen nach Frankreich mit dem Rad. Drei Tage gefahren nach Dijon. Also 650 Kilometer waren das. Und so ging das dann los. Ja, und somit kamen also dieses Jahr, muss ich sagen, zum ersten Mal auch eine richtige Kilometerzahl auf dem Rad zustande. Also ich bin dieses Jahr circa 15.000, 16.000 Radkilometer gefahren im Vorfeld. Und weil ich wusste, entscheidend wird das Radfahren sein. Ah, okay. Weil das ist die längste Distanz, wo man auch am längsten unterwegs ist bei diesem Wettkampf. Und das Laufen wollte ich besser hinbekommen. Das war auch eine Erfahrung, dass ich das, wenn ich es nochmal angehe, dass ich das Laufen noch ein bisschen besser hinkriegen muss. Aber mir hat die Zeit gefehlt, muss ich sagen. Die Freizeit war sehr eingeschränkt in diesem Jahr. Bedingt durch private Sachen, auch berufliche Sachen. Sie haben 48 Stunden, 48 Minuten und 55 Sekunden gebraucht. Wo möchten Sie hin? Was ist Ihre persönliche Traumzeit? Ja, ich sag mal, auf dieser Distanz ist es schon, es ist verbesserungsfähig. Deswegen spiele ich mit dem Gedanken, das im nächsten Jahr nochmal anzugehen. Gut, meine Zielzeit könnte sein, dass ich um die 43, 44 Stunden hinbekommen könnte. Das ist aber eine deutliche Steigerung. Das wäre schon eine Steigerung, aber es ist, wie gesagt, wenn ich ein gutes Betreuer-Team da gehabt hätte, keine Frage, der Betreuer, der mit war, war top. Aber die meisten haben das mit drei, vier Betreuern bewältigt. Und das ist natürlich für uns Europäer eine kostenspielige Geschichte. Einen Betreuer muss ich ja auch mitfinanzieren. Und ohne Sponsoren ist das sehr schwierig, so etwas hinzubekommen. Und deswegen hoffe ich, dass ich im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen Unterstützung bekomme. Also jeder, der Sie unterstützen will, ist herzlich willkommen. Christian Winzen, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und viel Erfolg für die Zukunft. Liebe Zuschauer, wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich möchte Sie aber noch auf unsere Internetseite hinweisen, unter www.gutenberg.tv können Sie alles Wissenswerte über diesen Sender erfahren. Und in der Mediathek können Sie diese Sendung jederzeit nochmal abrufen. Das Team von Gutenberg TV sagt herzlichen Dank fürs Zusehen und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018